Hallo zusammen! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7! Ähm, wir sind ja hier angekommen, aber wir möchten uns zuerst um die Aerith kümmern. Wir wollen Tifa fragen, was sie da will. Sie ist da irgendwo mit dem Wagen durchgefahren. Ich weiss jetzt, dass sie da oben ist irgendwo. Ah, falscher Knopf. Don Corneo sein Anwesen. Aha. Er ist nicht an Männer interessiert. Aber ich habe doch Aerith dabei. Okay. Whatever. Wir müssen dort hineinkommen. Wir müssen irgendwie dort hineinkommen. Ah. Keine Ahnung mehr wie. Ich weiss nur noch, wir müssen gewisse Sachen finden. Das eine ist, ja genau da. Ja, okay. Da müssen wir den Gefallen machen. Bei dem müssen wir reden, das weiss ich noch. Warte jetzt mal. Wir brauchen ein Kleid. Ein Unterhose, eine Perücke, Parfum und ein Diadem, dass wir ausgewählt werden vom Don. Das weiss ich noch. Ah, wo ist die Arena? Ah, dort unten. Wir müssen uns noch auf Steine schauen, ob es da etwas gibt. Ah, noch mehr Waffen. Mit drei Lärmbändern, hm? Oh, verbundene Fassungen. Nehmen wir gleich drei. Ah, ah. Und Versino. Gut. Was hast du da hinten noch? Ich glaube den brauchen wir. Den brauchen wir erst später, glaube ich. Ähm, also da ist Bar. Dort ist das Ding. Mit euch habe ich glaube nichts zu tun, oder? Okay. Ah, es ist noch Schrott. Okay. Whatever. Okay. Gringos. Das ist der Zug. Arme. Bleib doch hier. Tarnier mit uns. Es hat drei Kniebüge im Takt. Okay. Ich weiss, da müssen wir dann auch etwas machen. Ähm. Ich weiss gar nicht mehr, was wir hier anfangen. Okay. Da auch nicht. Das ist der Kleiderladen. Ja. Ja, kaufst du doch einfach. Apotheker Gucci. Ja, los. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Ja. 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 Was darf es sein? Ich nehme ein Tagesgericht. Ja, ja. Ja, ja. Voll ein. Ich nehme den. Oh. Schmeckt gut. Was ist es? Bitte keinen Fisch. Was ist sie jetzt? Ist okay gewesen. Danke sehr. Was? Ah, okay. Glück gehabt. Ich habe gerade gedacht. Jetzt geben wir das mal in die Apotheke. Äh. 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 Hat sich jetzt einfach nicht richtig drehen? Ja. Äh. Was? Ihr habt schon geschlossen? Willst du mich verarschen? Wir brauchen doch das Teil. Gut. Es gibt noch einen anderen Ort, wo wir her schauen können. Wie meinst du das? Aha. Der kauft die Frau. Oh. Hat sich die Hiva wollen verkaufen? Oder was läuft? So aus Trauer, weil wir dort oben runtergefallen sind. Warte mal. Was ist da noch? Warte mal. Ah. Tobi hat es einen Gang gehabt. Was willst du? Ähm. Nicht unbedingt, nein. Eigentlich nicht, aber... Eigentlich nicht, aber... Wir brauchen den Kasten hier. Okay, auch noch nicht. Gut. Dann müssen wir mal als erstes hier rüber. Ah, krass. Okay, was ist denn das für ein Laden? Oh, Herzli, Bienli. Einer, der sich schämt. Was? Ja, ich gehe rein, Mann. Oh, ja, chill so leise. Okay, chill so leise. Der hat voll die Zuckrige. Ah, danke. Okay. Kennst du Hifa? Wie bitte? Ein Vorstellungsgespräch, oder? Ja. Okay, Amateur. Wahrscheinlich Animateur. Ah. Nur Mitglieder. Okay. Ja, ich denke, wir haben jetzt die Information, dass wir zum Don Corneo müssen. Ah, Gesicht weg. Was ist das hier? Was ist das hier? Was bist du für einer? Ja, sorry. Das ist die Apotheke. Wir brauchen ein Abführmittel. Wir brauchen ein Abführmittel. Wir könnten jetzt auch das Deo nehmen, fürs zum Fein schmücken und so. Aber äh... Nope. Wir brauchen das Abführmittel. Ah, falscher Lade. Ah, falscher Lade. Ja, da. Little Turtle. Okay, okay. Lass mich mal vorbei. Der Rettungsdienst ist da. Ja. Ich habe doch das Abführmittel. Aha. Da hinten ist es, sorry. Schau weg. Schau weg. Schau weg. Geber in Medizin. Ja sicher, Frau. Wir haben jetzt, anstatt des Deo, ein sexy Parfum bekommen. Äh? 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 Wisst ihr, was ich meine? Äh? Und der andere ist schiessen. Alle sind zufrieden. So, jetzt gehen wir zuerst erst schauen. Weil, wir müssen jetzt da uns schauen. Genau, Error. Kommst du mal aus mir raus? Ja, ja. Äh, du bleibst schön draussen, Mädchen. Ist gut. Äh, bleibst du? Genau. Ja. Ja. Ja, logisch. Irgendwie... Weit mir das schon... Was lachst? Ja, voll. Was lachst? Naja, ich kann es leider schon verraten, aber... Sie hat jetzt die Idee. Oh man. Äh, hat natürlich keine Freude. Eben. Sie bringt noch eine Freundin mit. Also los. Schnell. Und jetzt gehen wir als erstes zum Kleiderladen. Es wird dann noch ein paar Mal rauf und runter gerennen sein. Es tut mir leid, aber das... Das muss man machen. Und ich achte mich darauf, ich werde wahrscheinlich nicht alles machen. Nicht ganz. Jetzt. Ich würde gerne ein Kleid kaufen. Ja, eben. Was gibt es für Probleme und so? Okay. No. Okay. Dann gehen wir doch mal. So sieht es aus. Der alte, verrückte Vater. Okay. Hoffentlich lassen wir uns nicht zusammen. Sonst... Wir haben halt ein riesiges Schwert. Das werden wir benutzen. Auge, alte Männer. Schau, da ist er schon. Hey, Daddy. Mhm. Was? Was? Okay. Martin Rush. Oh nein. Aerith. Ah. 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 Ja. Ah, Mann. Mich wird fast rot, wenn ich das schon nur höre. Sie reden über einen Teil von mir. Ich meine, ich bin ja da der Gamer. Ah, das müssen wir alles richtig beantworten. Es ist weich. Schimmert es oder glänzt es? Ich glaube, es schimmert. Scheisse. Es ist so wichtig, dass man es richtig kleidet. Sonst werden wir nicht genug. Ich glaube, es schimmert. Okay. Es ist weich und schimmert. Okay. Okay. Keine Ahnung. Jetzt... Geben wir noch... Nein, falsch. Sorry, sorry, sorry. Ich bin auch irritiert, weil es ist mega lang. Der Markt. Ich weiss nicht genau, wo wo es ist. Ja, würde ja gerne. Wirklich. Okay. Ja, ja, frauenlich. Ähm... Wollen wir mal das nächstes weiter? Ich weiss wirklich gerade nicht. Was hast du zu sagen? Ah, den Gutschi haben wir schon. Mal schauen, ob der jetzt parat ist. Ja, jetzt ist er parat. Vom A zu A. Wie ist los? Dreh dich um, Aerith. Es ist so neu. Ja. Okay. Aha. Voll easy machen wir. Ja. Der Verkaufsautomat im Innen. Und das Innen ist da... da gewesen. Oder? Yep. Ah, ich glaube wir müssen. Ja, ja. Ja, ja. Ah. Meint er das ernst? Was ist es eigentlich? Sind es Gummis? Ich habe nicht so viel Cash, leider. Ja, ich glaube brauchen wir gerade keinen. Aber ja. Wir bringen es ihm sicher zurück. Auf jeden Fall. So. Also. Was kommen wir eigentlich von dem? Ich weiss es nicht mehr. Ich glaube die Mitgliedskarte für den... für den Honigbiendli-Club. Ich habe es. Aerith? Muskel-Creme. Oh man. Nein, stimmt das Glas-Diadem für den Kopf? Voll. Ja, 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 ja. Machen wir nicht. Also wir brauchen... Ein Mittags... Moment, geschwind. Ich schaue was im Internet nach. Ich mag jetzt nicht mehr hin und her rennen und aufnehmen und alles. Ich habe es schon verkackt, Leute. Ich hätte ein anderes Kleid nehmen sollen. Aber schaut doch meinen anderen Part an. Ja, dort wo ich es noch nicht auf HD spiele. Part 7. Dort werde ich ausgewählt für Don Corneo. Jetzt machen wir da die Dings nicht mehr. Die Mühe. Ich will einfach das Spiel einsehen. Und nicht 100%. Das wollte ich vorher auch nicht. Es wäre viel zu viel Arbeit mit Chocobus-Züchten und allem Scheisse. Herr Cloud. Probieren Sie bitte das Kleidchen an. Hehehe. 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 Ja, voll... Perücken an. Jetzt erst können wir trainieren. Hehehe. 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 Auf Süess. Okay. Das heisst... Big Bro. Ich werde nur Süessen, wenn ich den Big Bro schlaue. Ich mache es für tief. Ich mache es für tief. Wir machen die Knie bügen. Okay. Aha. Der schöne Bro. Hehehe. Hehehe. Wie ein Däppel ist. Okay. Wie bitte? Wechseln. Weil das ist meine Wechseltaste. Ja, ja. Kapiert. Okay. Ja, ja. Schon gut. Ja, ich will ein wenig üben. Aber das schneiden wir raus, gellet? Alright. Es sollte eigentlich gehen. Ich habe einfach ganz komische Tasten. Sorry, wenn ich zu still bin. Ich will das... gewinnen. Füssi. Pussy. Yes. Ganz richtig. Danke für die Perücke. BÄÄM! Oh wow. Jupp. Sehr schön. Wir haben die Perücke liebe Leute. Mal schauen, dass wir ins Bordell gehen können. und uns dort ins Lipp besorgen. Aber erst das nächste Mal. Wir sehen uns wieder. Ich bin X-Uns19 mit Final Fantasy VII. Ganz viel Zahlen. Peace!